Täglich grüßt der Randalierer in diesem Land, heute mal wieder mit einer Holzlatte bzw. einem Vierkantholz. Ihn hier neben mir aus Worms, den kennt ihr sicher noch, unseren eredreischen Freund, der hier am Bahnhof für ganz schön Tumult gesorgt hat und die Passanten hatten ihn entwaffnet schlussendlich. Es gibt jetzt hier ein paar Neuigkeiten zu ihm und auch Berlin hat jetzt wieder einen Randalierer festgenommen. Sieben verletzte Polizisten war das Ergebnis, allerdings nur zwei verletzt vom Randalierer. Die anderen fünf Opfer der eigenen Kollegen geworden. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr kennt ihn hier, unseren eredreischen Freund aus Worms, der von Bilal am Ende entwaffnet wurde. Das Video hier auf dem Kanal, es war sehr erfolgreich, ihr könnt es euch gerne anschauen. Jetzt gibt es hier zu eben diesem eredreischen Freund ein paar Neuigkeiten. Er hatte zur Tatzeit mit dieser Holzlatte in der Hand 1,97 Promille Alkohol im Blut und er sitzt jetzt seit 3.6. schon in Untersuchungshaft. Allerdings nicht wegen diesem Lattenangriff am Wormser Hauptbahnhof, sondern wegen anderer Delikte, die davor passiert sind, unter anderem schwere Körperverletzungen. Und man hat die ganzen Fälle in Worms am Amtsgericht jetzt zusammengefasst und geht von einer Wiederholungsgefahr und von Fluchtgefahr des jungen Mannes aus. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Ich bin mal gespannt, wie lange. Es wäre besser, wenn man ihm mal eine ordentliche Strafe gibt und versucht, ihn auch abzuschieben. Jetzt gehen wir nach Berlin in einen Randalierer, der eine Supermarktscheibe mit einem Vierkantholz maltretiert hat. Als die Polizei dann angerückt ist, kam es zu einer interessanten Situation, würde ich das mal sagen. 22.40 Uhr. Es geht ein Notruf ein bei der Berliner Polizei. Die Beamten einer Einsatzhundertschaft sind ausgerückt, bewaffnet mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen, sicherten sie am Forkenbeckplatz die Situation ab. Das Ergebnis sind sieben verletzte Polizisten, zwei davon von dem Randalierer, die anderen fünf von ihren Kollegen. Sie hatten auf dem Parkplatz oder auf dem Vorplatz des Supermarktes einen 28-jährigen jungen Mann aus Burkina Faso angetroffen, der sich in einem psychischen und körperlichen Ausnahmezustand befunden. Die Polizei hat einen Warnschuss aus der Dienstwaffe abgefeuert. Das hat den jungen Mann überhaupt nicht beeindruckt. Warum auch? In Berlin wird selten geschossen. Daraufhin hat man die Dienstwaffe wieder weggesteckt bei der Polizei und hat dann erst mal versucht, mit Reizgas dem jungen Mann beizukommen. Das Reizgas hat nicht funktioniert. Genauso wenig, wie es in Hamburg funktioniert hatte, das Reizgas. Allerdings gibt es fünf verletzte Kollegen, die durch das Reizgas verletzt wurden. Das haben wir auch in Hamburg gesehen. Die Polizisten sprühen dann einfach umher und dann kommt ein Windstoß aus der falschen Richtung und dann weht es einem ins Gesicht. Es fängt schon damit an, dass die Polizei Reizgas einsetzt und kein Reizgel. Das würde weniger Sprühnebel verursachen, der weniger windanfällig ist. Allerdings würde auch bei dem Getroffenen das Gel länger wirken, weil es vermutlich dann einfach kleben bleibt. Als dann auch das Reizgas wirkungslos war, hat die Polizei dann versucht, mit einer Elektroschockpistole zu hantieren. Genau wie in Worms. In Worms allerdings hatte der junge Randallierer ja 1,97 Promille Alkohol im Blut. Der Drogentest ist bisher nicht öffentlich. Vermutlich gibt es da noch weitere Substanzen. Zurück in Berlin. Mit dem Elektroschocker haben sie es dann geschafft, diesen jungen Mann zu überwältigen. Er wurde dann am Ende auch ins Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat, das Abschnitt 52 in Berlin. Es gibt zwei verletzte Polizisten beim Überwältigen bzw. beim Angreifen auf diesen Mann und fünf verletzte Polizisten mit Reizgas. Und es heißt überall ein Mann, ja, ein Mann aus Burkina Faso, dessen Aufenthaltsstatus hier noch nicht geklärt wurde von der Polizei. Das wird sich noch herausstellen in der Zukunft. Sieben verletzte Polizisten wegen einem Mann mit einer Holzlatte. Ihr seht, es wird immer bunter, es wird immer kranker, es wird immer verrückter. Es gibt bisher keine Videoaufnahmen, obwohl Fotografen der Bild-Zeitung vor Ort waren. Ich wette, es taucht am Ende noch ein Video auf und der Einsatz sieht für die Polizei dann ähnlich schlecht aus, wie der in Worms oder wie das in Hamburg. Was können wir dagegen tun? Wir können die Polizei nur besser ausbilden, ihnen mehr Training anbieten, mehr Schießtraining, auch mehr Training für solche Situationen, wie sie den Angreifer entwaffnen können, bzw. ob man denn nicht mal diskutieren sollte, dass wir bei der Polizei weitere Mittel eventuell brauchen. Wie die aussehen, müssen wir diskutieren. Aber dazu muss sich die Polizei auch äußern. Sie wissen am besten, was sie im Einsatz draußen brauchen könnten. Und eine Einsatzhunderschaft mit sieben Verletzten wegen einem Mann mit einer Holzlatte. Jetzt stellt euch doch mal vor, so ein Verein wie, ich darf keine Namen nennen, sonst bekomme ich wieder Ärger. Stellt euch einen Verein vor, der eine andere Staatsform fordert zum Beispiel und dafür auch demonstrieren geht. Und das sind dann 2000 Leute und die rennen alle mit so einer Holzlatte rum. So viele Wasserwerfer hat Berlin gar nicht, um die Leute hier im Zaum zu halten. Sie spielen mit dem Feuer und sie wissen es nicht. Allerdings täglich grüßt die Holzlatte in diesem Land. Ich wette, heute gibt es wieder andere Tatmittel, die in der Küchenschublade liegen zum Beispiel. Da gab es gestern nicht so viele davon. Aber wir sind froh und mutes, dass die Zahlen zurückgehen, weil die Leute gelernt haben, sich zu benehmen. Weil ja Olaf Scholz auch angekündigt hat, wir schieben jetzt ab, wenn jemand so etwas tut. Dabei hat er Messerdelikte gar nicht ausgesprochen. Ihr wisst, ich mache ein bisschen Spaß, ein bisschen Sarkasmus, das muss sein. Schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Da gibt es von dem Anschlag in Solingen gestern und das Wort Anschlag wurde von der Polizei benutzt, habe ich mir nicht ausgedacht, gibt es das Bild des inzwischen verstorbenen Angreifers. Und das darf ich hier auf YouTube nicht zeigen. Deswegen kommt zu Telegram und bleibt ihr weiterhin unzensiert informiert. Und damit sage ich Tschau, bis bald.